Die ganze Welt im Nest. In Brandenburgs berühmte Storchenstube von Fettschau kann ja jeder einen Blick werfen. Die Internetkamera sendet ununterbrochen die Bilder. Gerade Pfingsten wurde es dort wieder höchst dramatisch. Ein kleiner Klapperschnabel kam bei der Fütterung ums Leben. Übrig geblieben sind nun ein Küken und zwei leere Eier. Lava Man. Lava Man hates peace rallies. Lava Man. Luft sitenden downloaden A.